Auf zu neuen Ufern, würde ich sagen. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, Männer. Ja, erster Fisch, noch 5 Tagen. Gewässerwechsel, Wahnsinn. Ja, keine Ahnung. Auf der Stelle hier, super schöne Stelle. Jetzt sind wir maximal 3 Stunden. Ich habe schon eine Runde Udo gezockt. Und jetzt der erste Fisch. Richtig schöner alter Brocken. Ein paar Perlenschuppen drauf. Besser geht's kaum, oder? Und zurück das Teil. Bis zum nächsten Mal. ja letzte nacht brachte den goldbarren hier so geil ich freue mich ohne ende 20,2 kilo pures gold sehr sehr geil ich freue mich perfekt matthias zwischen geworfen aussetzen und dann noch ein 3er in der letzten nacht kam dieser brocken noch super geil gleich stelle wie der schuppi 25,2 kilo ich freue mich ohne ende